Das, meine liebe Leute, ist die offizielle Fick-Dich-Liste. Äh, naja, was heißt Fick-Dich-Liste? Also, ähm, es ist ein Fick-Dich-Video. Denn das allererste, das größte Fick-Dich, wenn ihr auf meinen Channel geht, ist natürlich das neueste Design. Haha! So, ähm, ja gut, ich wollte mal ganz kurz was für meinen neuen Design erklären. Und zwar seht ihr, ähm, bei euch rechts am Rand, also irgendwo da, äh, seht ihr so die angesagten Playlisten. Diese Playlisten, die werden immer nur von den Games gezeigt, von denen jetzt noch neue Videos kommen werden. Sprich, da befindet sich irgendwo Super Meat Boy, Tiny Toons, uns ist Langweilig-Videos, die Endless-Videos. Also da könnt ihr halt auch schon sehen, hey, was kommt als nächstes? Eine Sache ist super geil, und zwar wollte ich, äh, Silent Hill 4 weiterspielen. Also dachte ich mir, okay, los geht's. Hättet vorbereitet, Audacity am Laufen gehabt, Traps war bereit, wie noch nie zuvor, Traps jemals bereit war. Und es fehlte eine Sache, und zwar das Spiel. Mein Silent Hill 4 Spiel ist einfach weg. Komplett weg. Genauso wie mein scheiß Speicherstand. Aber ich hab auch meinen ganzen Rechner gesucht, ich hab die ganze Scheiße durchsucht und so, und ich hab nichts gefunden. Nichts, was auch nur annähernd Silent Hill 4 ähnlich sein könnte. So leid es mir tut, kommt Silent Hill 4 auch auf meine pausierte, schrägstrich abgebrochene Liste. Das ist die Fick-Dich-Liste. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die Silent Hill 4 weitersehen wollten, aber, ähm, ich weiß nicht, mich regt das Ganze selber auf, weil es ist einfach nur übelster Bullshit, was hier passiert. Und weil ich grad so total in Rage bin, weiß ich gar nicht, was hier in Schränken ist von meinen Eltern. Ach du Scheiße. Das beste Feuerzeug der Welt. Ein Feuerlöscher, der, äh, Feuer machen kann. Eine Winston-Zigarette. Ei, ei, ei. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich bin total aufgeschmissen. Ich glaub, ich häng meine Let's-Play-Karriere an den Nagel. An der Stelle, äh, heißt es einfach nur, Silent Hill 4 ist pausiert. Denn ich muss mir das Spiel wieder neu zulegen und dann bis zu dieser dämlichen Stelle wieder hinspielen. Keine Ahnung, wie lang das dauern wird. Und, ähm, ja. Äh, brr. Dein Aschenbecher, ja, ne? Ah. Und wenn ihr das Video seht, ist Tron 2.0 schon in Arbeit, denn ich denke, das werde ich jetzt weitermachen. Für Super Meat Boy, da fehlt noch ein bisschen mehr Mut. Mehr Geschick, mehr Können und, äh, ja. Also wie gesagt, Silent Hill 4 muss leider abgebrochen werden. Tron 2.0 wird gestartet. Und, äh, ja. Leider ist meine abgebrochene Liste viel zu groß und, äh, was soll's. Ich denke, das war's auch von mir wieder. Und ich denke, ich verziehe mich auch wieder und, ähm, lasst euch erstmal in Ruhe. Genießt mein schönes neues YouTube-Design, denn es ist absolut, absoluter Bullshit. Aber, wir müssen uns alle dran gewöhnen. Und, äh, ja. Gut, wie gesagt, das war's von mir. Also dann, wir sehen uns. Bis dahin. Euer Spiriks. Ah, wasser Spiriks. Genau. Ja. Macht euch alles?